Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es wurden richtig, richtig interessante und spannende Informationen auf Twitter geteilt von Diablo. Da gehen wir gleich drauf ein. Morgen Abend startet das Lunari-Erwachen-Event. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, checkt mal das Video von gestern ab. Da haben wir auf den Trailer reagiert, wo alles zu dem Lunari-Erwachen gezeigt wurde. Es sind ein paar interessante Sachen bei. Wenn ihr euch da vorbereiten wollt, auf jeden Fall nochmal das Video abchecken, damit ihr morgen direkt up-to-date und rein starten könnt. Wenn ihr das live mitverfolgen wollt, dann gerne auf Twitch abchecken. Da werde ich das Ganze ab 19 Uhr live streamen und mit euch zusammen bespielen und bin gespannt, was dabei rauskommt. Kommen wir mal jetzt zu dem Twitter bzw. zu dem X-Beitrag von Diablo von Adam Fletcher, der hat das hier, einen Forum-Post, getwittert. Und da gab es einen Forum-Post, wo gesagt wurde, Leute, behaltet eure Uber-Unix, eure doppelten Uber-Unix, die ihr nicht mehr braucht. Ihr kennt die ganzen Uber-Unix-Geschichten, Großvater, Dumi, Harlekin, Andarel und so weiter. Und solltet ihr davon welche doppelt haben oder welche haben, die ihr gar nicht braucht, dann solltet ihr die auf gar keinen Fall beim Schmied kaputt machen, sondern behalten und euch in die Box packen. Weil es wird gemunkelt, dass es Crafting kommen wird. Das bedeutet, ihr könnt ähnlich wie in Diablo 3 das Uber-Unix nehmen, es zum Schmied bringen oder zu irgendeiner anderen Stelle, es dort kaputt machen, bekommt dann besondere Schmiedematerialien und könnt mit diesen Schmiedematerialien ein neues Uber-Unix erstellen. Es ist noch nicht klar, ob es dann ein random Uber-Unix sein wird oder ob man sich das aussuchen kann. Außerdem ist in Diablo 3 so, dass man nur eins von diesen gecrafteten Uber-Unix benutzen kann. Aber ich stelle mir zum Beispiel vor, dass jemand von euch da draußen dreimal Melted Heart bekommen hat und das gar nicht gebrauchen kann oder irgendein anderes Uber-Unix wie Harlekins oder Andarels. Irgendwas habt ihr ganz oft bekommen und bislang noch nichts anderes oder nur Sachen, die ihr nicht braucht. Und dann könnt ihr 2-3 Uber-Unix nehmen, die verkraften und kaputt machen und kriegt dafür ein random neues Uber-Unix. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ja auch es diese Mechanik ganz oft schon im Spiel gab. Einmal beim Alchemisten, wo ihr die boshaften Herzen und boshaften Gegenstände benutzen könnt, um daraus andere Gegenstände zu machen. Also hier diese Körper-Truhen, das heißt man benutzt verschiedene Materialien und baut daraus was Neues, was man an Render bekommt. Und dasselbe haben wir ja auch gerade in der Season mit den zerschmetterten Steinen, woraus ihr ja auch neue Sachen craften könnt. Hier haben wir das. Aus wenig Schallsteinen könnt ihr Truhen bauen und ihr könnt das Ganze auch noch tauschen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann beim Schmied eine neue Option dazu kommt, von wegen neben Gegenstand aufwerten, Uber-Unix zerstören oder Uber-Unix crafting. Da habt ihr bestimmte Materialien dafür und wenn ihr hier ein Uber-Unix kaputt macht, wie zum Beispiel den Großvater, dann bekommt ihr da ganz besondere Materialien für, die ihr dann einsetzen könnt, um ein neues zu craften. Und ich denke mal, das wird random sein. Man würde sich da keins aus irgendeiner Liste aussuchen können. Ich glaube, das wäre zu krass. Aber dass man eine Kiste baut, die macht man auf und da kommt ein Uber-Unix raus, was random ist. Ich muss sagen, ich würde das übertrieben feiern, wenn das genauso reinkommt wie in Diablo 3, das man beim Schmied die Ubers kaputt macht. Ich weiß noch, letzte Season, wenn wir jetzt mal auf meinen Eternal gucken würden, da habe ich eine halbe Box voll und da habe ich schon ganz viele kaputt gemacht beim Schmied letzte Season. Also wenn ich mir überlege, ich könnte die alle kaputt machen und mir dafür andere holen, das wäre schon eine richtig coole Sache. Außerdem nochmal ganz kurz zwischendurch, weil ich bisher keine Gelegenheit hatte, das zu sagen. Der Webstuhl geht wieder. Ich habe das heute im Stream ganz oft gehört, die Frage. Ja, der Webstuhl geht wieder, auch problemlos, keine Probleme da und auch das Trading wurde wieder aktiviert. Ich habe übrigens auch mein Leck-Problem beheben können und zwar habe ich die Playstation mit einem LAN-Kabel angeschlossen. Dass es das ist, finde ich ganz krass, weil mein WLAN-Router direkt noch in der Playstation steht. Also bei mir hat ein LAN-Kabel geholfen, vielleicht kann bei dem einen oder anderen von euch auch ein LAN-Kabel helfen, falls ihr auf dem PC oder auf der Xbox seid, dann weiß ich es nicht. Aber vielleicht bei der Playstation einfach ein LAN-Kabel anschließen, dass die Lacks da vielleicht besser werden. Mehr Spannendes gibt es da aktuell nicht. Ich freue mich extrem morgen auf das Event. Ich hoffe, dass bald diese Uber-Unique-Änderung kommt. Es wurde gesagt von Soon mit dem nächsten Patch. Könnte also mit dem nächsten Patch dann soweit sein. Vielleicht mit dem Leaderboard, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall früh und nicht erst nächste Season. Also da bin ich sehr gespannt. Spart eure ganzen Uber-Uniques. Lasst gerne follow auf den Kanal da, ein Like auf das Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Halt rein.